Wir müssen uns um das Geschütz kümmern. Ich kann es nicht anzupassen. Mir gefällt das. Der Geschütz ist geladen. Ich werde antreten. Sie hat es ziemlich erwischt. Luke. Es tut mir leid. Ich weiß. Ich bin nur froh, dass du hier bist. Jetzt am Ende. Es tut mir leid. Ich kann es nicht umgehen! Ich weiß nicht, dass du das für den Vorgang sehen kannst. Es ist unbequem zu sein. Es ist ein extrem wenig. Es wäre sinnvoll, dass du sie zu schützen kannst. Es wird die nicht umgehen. Es muss noch so sein. Bist du zurückgekehrt, weil du mir vergeben willst? Weil du mich retten willst? Nein. Es muss eine natürliche Öffnung geben, die auf keiner der Karten zu finden ist. Nein, es ist weg. Wir können einen anderen Weg finden. Immerhin wissen wir in welche Richtung. Ja, ich bin der Verantwortliche, oder? Es gibt keinen Grund zur Sorgen. Noch nicht. Du hast ja gesagt, so gut wie neu. Also neu würde ich es nicht nennen. Ja. 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 Okay. Ach, zu viel Krafttraining ist auch nicht gesund. Das ist mehr als ein paar Rationen wert. Ich bin im Auftrag der Jedi hier. Ich bin im Auftrag der Jedi. Oh, hallo, ich bin C3BO. Wie kann ich behilflich sein? Ich kann sicherlich behilflich sein. Es tut mir wirklich leid, aber ich bin nicht der Droide, den ihr sucht. Kann es losgehen? Ja. Eine Kopfgeldjägerin holt sich immer gern ihre Belohnung. Haben wir schon eine ungefähre Ankunftszeit? Ich bin im Auftrag der Jedi. 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 Ich habe dich hintergangen, Ben. Es tut mir leid. Da bin ich mir sicher. Ja. Ja, gut. Gut, ja, gut. Hey, gut, nein. Okay, Feuer. Ich habe mich aber gar nicht weit. Der Widerstand ist tot. Jetzt schlägt es vorbei. Und wenn ich dich töte, dann schläge ich damit den letzten Jedi. Erstaunlich. Jedes Wort, das du eben gesagt hast, war falsch. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Aber ich will die Jedi sein. Als ich aufgewacht bin, hätte ich nicht gedacht... Hallo! Wenn du mich tötest, erfüllt von Hass, werde ich immer bei dir sein. Genau wie dein Vater. Nicht jetzt! Geh weg, los! Komm später wieder. Danke. Ja. Nein. Wir sehen uns, Kleiner. Ja! Ja! Luke ist fort. Ich habe es gefühlt. Ich habe es auch gefühlt. Wie wollen wir Dach auf eine Rebellion aufbauen? Wir haben alles, was wir brauchen. Ich habe es auch gefühlt. Ich habe es auch gefühlt. Ich habe es auch gefühlt.